Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst die große Freude, zwei Söhne. Und dann wachsen die heran. Zuerst schaust du einmal, dass die in die Hüe kommen, dass sie nicht gleich wieder sterben. Und dann wachsen die heran und dann zeigt sich, unterschiedlicher könnten die wohl nicht mehr sein. Der eine wild, nur unterwegs. Der andere, ganz gesittet, sitzt zu Hause. Eine ist ein Mama Schatzi, andere ist ein Papa Schatzi. Der Vater hat sich wohl gewünscht, dass er selber so gewesen wäre, was der sich traut und was der alles erzählt, wenn er nach Hause kommt, was er erlebt hat. Wenn er mit Pfeil und Bogen wieder ein Wild geschossen hat. Und der andere, der kümmert sich um die Herde. Und um seine Mama, dass alles passt zu Hause. Sie ist entzückt von ihm. Der Papa ist entzückt vom anderen. Jetzt ist es aber so, dass der Himmel eine Information gegeben hat über die Zukunft von den beiden. Und das ist ja sehr bemerkenswert. In einer Zeit, wo es noch keine Ultraschalluntersuchung gab, wird noch vor der Geburt gesagt, wie viele da drinnen sind im Bauch. Von welchem Geschlecht die sind. Und wie das in Zukunft sein wird mit Erstgeborenem und Jüngerem. Und die Mutter bekommt die Mitteilung, weil sie merkt, da geht es ja runter drinnen. Die kämpfen ja jetzt schon. Was wird das werden? Drum will sie wissen, was da entsteht. Und daraufhin kriegt sie diese Information aus göttlicher Quelle. Da erstaunt man schon. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das weiß sie. Ich meine, mit Eltern und Jüngern, das ist ja recht interessant. Denn bei Zwillingen, das ist ja selbe Geburtsdatum. Außer der eine kommt eine Minute vor Mitternacht und der andere eine Minute danach. Aber es ist ja noch dichter hier. Denn wie der Erste rauskommt, hat der im Schlepptau den Zweiten. Der sich gedacht hat, nur keine Zeit verlieren. Und wozu selber Kraftanstrengung? Ich halte mich einfach fest und lasse mich rausziehen. Sie gehen ja bequem. Drum hat man ihn so benannt. Muss ja auch lustig gewesen sein, das zu sehen, dass der sich am Fuß da festhält. Und das heißt eben Jakob. Einer, der den anderen anbeinert. Weinhardt. Also die kommen praktisch gleichzeitig heraus. Trotzdem, der eine ist der Erstgeborene. Und nach der Regel der damaligen Zeit ist der Erstgeborene in Zukunft der Chef. Dem haben sich alle anderen unterzuordnen. Das ist dann, wenn der alte Patriarch nicht mehr ist, der nächste Patriarch. Er ist der Erstgeborene. Der kriegt den Besitz und wird dann nach seinem Vermögen und Ermessen den anderen auch was zukommen lassen, dass die nicht verhungern. Aber er verteilt. Gleichzeitig ist er auch der geistliche Führer. Bist du das? Als Mann zu Hause? Führst du deine Familie geistlich? Sorgst du dafür, dass deine Familie dran bleibt? Dass das wichtig ist? Dass das immer wieder im Vordergrund steht? Zeigst du das auf? Das erwartet Gott von dir. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist unsere Aufgabe. Wir Männer. Dass wir darauf achten, dass das ganz, ganz, ganz hoch oben steht in unserer Familie. Und nicht überrollt wird von anderen Dingen. In jeder Hinsicht. Dass das das Erste ist. Darum gefällt mir das hier so, was man da vorne sieht. Das Wort Gottes. Das ist ein herrliches Bild. Nun, in der Familie, sie weiß also, geistlicher Führer soll der Erstgeborene sein. Er weiß es, der Papa, geistlicher Führer, der Erstgeborene. Nun, dieser Esau ist alles andere als ein geistlicher Führer. Diesen Rebell, der tut einfach, was er will. Ein Wildfang. Mutig. Hat von nichts Angst. Unbeherrscht. Der andere, still, zurückgezogen, hört zu, die Bibelgeschichten, kennt sich aus, möchte eine Verbindung nach oben. Dem ist es wichtig, dieses Element. Damit ist es für Rebekah, die Mama klar, Jakob muss der geistliche Führer sein. Der andere ist ja völlig untauglich. Für den Vater ist es klar, der, Esau, der zeigt, wer der Führer ist. Der wird der Stammesführer. Der kann das richtig. Naja, das Geistliche, das merkt er auch, das ist nicht so. Und immer wieder, und vielleicht habt ihr das in eurer Ehe schon bemerkt, kommt der weibliche Teil und informiert, wie es eigentlich sein sollte. Und der männliche Teil schaltet auf stur. Oder taub. Oder will es nicht verstehen, kann es nicht verstehen. Es ändert sich nichts. Und der weibliche Teil kommt und wieder. Und dann gibt es so Stunden, wo sich das ganz besonders eignet. Da kann er nicht mehr entkommen, wenn man im Bette liegt. Und dann, dim, dim, dim. Dann kommt die Info. Immer wieder und immer wieder. Und wenn sie an einen Punkt kommen, wo es hart auf hart geht, dann immer wieder um diesen einen Punkt. Und Isaac bleibt auf seiner Linie. Und Rebekah bleibt auf ihrer Linie. Und dieses ganze Eheleben hindurch kreist alles wieder um diesen Punkt. Was wird sein in Zukunft? Wer übernimmt die geistliche Führerschaft? Und Isaac weiß, was er zu tun hat. Und Rebekah weiß, dass das nicht richtig ist. Und sie ringt darum. Und sie betet darum. Sie ist die Geistlichere. Isaac macht hier einen Fehler. Offensichtlich. Nun. Es kommt ein Tag, wo wieder mal sichtbar wird, wie Esau ist. Er kommt nach Hause. Nichts erwischt. Kein Bild geschossen. Hungrig. Und dann steigt ihm der Duft in die Nase. Seit der Zeit heißt er dann auch Edom. Der Rote. Weil nämlich sein Bruder gerade im Kessel über dem Feuer das rote Linsengericht gekocht hat. Und der kommt heim. Der andere sagt, gib es mir. Und jetzt merkt der Jüngere, jetzt ist die Chance. Der ist hungrig. Der will es unbedingt haben. Unbeherrscht ist er auch. Jetzt. Jetzt können wir daraus Kapital schlagen. Das ist die Chance. Kein Problem. Dann verkaufst du mir dein Erstgeburtsrecht. Merkt ihr, was an dem Punkt durchkommt? Das war Jakobs großer Wunsch. Darum äußert er das jetzt. Wenn so Sätze in der Bibel stehen, da ist ja schon jemand lang schwanger mit diesem Gedanken gegangen. Ich hätte gerne das. Und wenn es die Gelegenheit kommt, wird sie werden. Darum ist es ja so gefährlich, wenn du mit Gedanken schwanger gehst, die nicht passend sind. Denn dann wird der Feind aus der unsichtbaren Welt eine Gelegenheit schaffen für dich. Und dann schnappt die Falle zu. Es ist entscheidend, worüber wir nachdenken. Und Jakob denkt über die Zukunft nach. Während Esau, nur der Moment, der Augenblick, der ist für ihn entscheidend. Alles andere zählt für ihn nicht. Das ist morgen. Und er steigt ein, der Esau. Hauptsache er hat jetzt das Linsengericht. Was braucht er, das Erstgeburtsrecht? Er denkt sich, das kriege ich ja sowieso. Er nimmt die Sache nicht ernst. Jakob schon. Für ihn ist das nicht einfach nur so. Und die Rebekah betet und wartet und redet auf ihren Mann ein. Sie betet, wartet und redet auf ihn ein. Und die Jahre vergehen. Und dann kommt Isaac zu dem Punkt, wo er merkt, es dauert nicht mehr lang. Und Rebekah, nachdem ihr Mann schon blind geworden ist, ist natürlich immer irgendwo in der Nähe. Und die Abtrennungen in diesen Zelten sind einfach Deckchen. Und da geht so manches vom Klang hindurch. Und als sie hört, wie Isaac den Esau ruft und ihm sagt, schieß mir ein Wildbrett und dann bereite es zu. Und dann, und dann durchzuckt es sie. Und dann die Übertragung auf die Führerschaft und die geistliche Führerschaft. Und bis zu der Minute hat Rebekah gewartet. Sie hat gewartet. Aber jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie sich sagt, jetzt muss ich handeln. Jetzt geht es nicht mehr länger. Denn in der nächsten Zeit, wenn der jetzt zurückkommt, dann ist es geschehen. Und wenn es einmal erteilt ist, der Segen, dann gilt das. Und jetzt muss ich irgendwas unternehmen. Und sie hat hier schon lang einen Plan. Sie hat schon lang etwas durchdacht. Und jetzt kommt es zur Ausführung. Der Esau ist noch kaum verschwunden, holt sie sich schon den Jakob her und sagt, Junge, jetzt machen wir folgendes. Tak, 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 tak. Der sagt, das ist ein Betrug, das ist eine Lüge. Mein Vater, wenn der draufkommt, außerdem, wenn ich da reingehe, der kennt ja meine, meine Stimme und wenn er mich angreift, meine Haut ist wie bei einem Baby und beim Esau, der ist mehr so wie die Tiere, die so im Zoo herumlaufen, also voller Haare. Wie soll ich da? Das ist unmöglich. Auch wenn er blind ist, die Blinden hören ja bekanntlich besonders gut, können Stimmen ganz genau unterscheiden. Das will ich nicht tun. Am Ende wird aus dem Segen ein Fluch. Und die Mama wird ganz streng und sagt, mein Sohn, du bist mein Sohn und jetzt hörst du auf mich. Das machen wir jetzt so. Geht nicht mehr länger. Und er steigt mit großer Unsicherheit ein. Und wenn wir diese Geschichte lesen, weiß nicht, ob euch das auffällt, der Isaac stellt Fragen, also wenn ich an Jakobs Stelle gewesen wäre, wenn man das so liest, der kommt da herein und das Erste, wir lesen das im ersten Buch Mose, Kapitel 27, wer bist du, mein Sohn? Ich kann mir nur so eine Frage stellen. Ausgerechnet die Frage, Wer bist du? Naja, der sagt dann, ich bin Esau. Und dann sagt er, ja und wie hast du so bald das Wild gefunden? Wieder so eine unangenehme Frage. Naja, Gott bescherte mir es. Da wird man dann ganz fromm in seinen lügenhaften Antworten. Das Nächste, tritt her zu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Also spätestens an dem Punkt hätte ich gesagt, aus, ich gebe es zu und wäre weg gewesen. Ich meine, es sind schon drei Dinge, wo der Vater voller Misstrauen und Zweifel ist. Und dann das Nächste, dann hat er ihn betastet und die Mama hat ja alles durchgedacht, das ist eine kluge Frau, hat ihm schon das Ziegenfell drüber gegeben, über die Arme. Und dann sagt der Isaac, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Eine eigenartige Mischung ist da von mir. Und dann sagt er, noch einmal, müsst ihr euch vorstellen, wie viele Punkte das sind. Er fragt immer und immer und immer und immer wieder nach. Bist du mein Sohn Esau? So gewissermaßen der Schlussstrich nach all dem jetzt. Er sagt, ja, ich bin's. Er hat so gesagt wie der Esau, ja, ich bin's, damit er eher glaubt, dass es ist. Und dann kommt das Segen und vorher wird noch gegessen und bei diesem Essen wird sich Jakob gewünscht haben, könntest du nicht ein bisschen schneller essen und immer wieder zwischendurch der Blick kommt der andere schon, ist er schon unterwegs. Bitte iss, iss, den Segen, den Segen brauche ich. Bitte, bitte, mach weiter. Aber je älter einer ist, die Zähne sind nicht mehr so, der Couchen langsam und gemächlich und die Sekunden werden zu Minuten, die Minuten zu Stunden, der wird schweißgebadet dort gestanden sein. Aber dann Handauflegung. Segensübertragung, geistliche Führerschaft. Der geht raus, kommt der andere und ist bald im Zelt drinnen dieselbe Frage, wer bist du? Ja, dein Sohn Esau. Ja, und wer war dann der, der gerade da war und den Segen bekommen hat? Huh. Jetzt klärt sich einiges auf. Und jetzt passiert etwas ganz Seltsames. Der Isaac bekommt jetzt mit Betrug. Betrug, das hat ja gar nicht gestimmt. War ja gar nicht der Esau, wie sich jetzt zeigt. Was würdest du jetzt erwarten? Also ich hätte mir jetzt gedacht, wenn ich das so lese, dass der Isaac sagt, Moment, das ist ja Betrug, dann gilt das Ganze nicht. Dann segne ich den Esau, den wirklichen. Aber der wechselt jetzt auf einmal die Seiten und sagt, ich habe den gesegnet und dabei bleibt es. Ganz überraschend. So wie vorher, dass er zu der Rebecca sagt, und es bleibt beim Esau. Und da kann sie reden über die Jahre und Jahrzehnte, wie sie will. Es ändert sich nicht. Bleibt stur. Und jetzt ist er betrogen worden und bleibt beim Jakob. Eigenartig, oder? Das heißt, im entscheidenden Moment lässt sich Isaac leiten von dem, was er, der hat das natürlich auch gewusst, die Rebecca hat es im Jahrhundertmal gesagt, du Gott hat uns gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und jetzt begreift er in diesem Moment, ah, das wird es jetzt gewesen sein. Und lässt es dabei. Die Rebecca war die ganze Zeit über auf der besseren Seite. Sie wollte immer klar machen. Aber im entscheidenden Moment hat sie verkehrt gehandelt. Warum erzähle ich euch die ganze Geschichte? Vielleicht fragt ihr euch jetzt schon langsam. Wir haben in einer Ehe unsere bestimmten Vorstellungen. Der Mann hat seine Vorstellungen und Erwartungen und die Frau hat ihre Vorstellungen und Erwartungen. Und bei gewissen Punkten keinerlei Bewegung. Und wäre so einfach, wenn sie müsste ja nur und er müsste ja nur, tut sich nichts. Nichts. Kennst du das auch? Wir haben hier dieses seltsame Phänomen, dass jeder auf seinem Platz, mit seiner Haltung, in seinem Denken, bei manchen Punkten so fest eingefahren ist. Das ist wie Beton. Da kannst du nichts verändern. Und manches Mal versucht es dann jemand mit Hinterlist, mit Tricks, wie Herr Rebekah. Es ist ja eh für Gott. Sie meint, sie muss Gott nachhelfen. Sie wäre gut beraten gewesen, so wie wir diese Hinweise haben. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen, was du in der Gebet mit Flehen ihre Danksagung vor Gott kundwerden. Aber sie dachte sich, jetzt muss man eingreifen, sonst kann Gott auch nichts mehr machen, wenn der schon gesegnet ist. Das ist unser Denken. Wie kommen wir aus dem raus? Wir haben eine bestimmte Vorstellung und Rebekah hatte hier noch das Plus Gottes auf ihrer Seite. Sie konnte sagen, der Herr hat bitte gesagt, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Also wenn hier einer Recht hat, dann ich. Hatte sie deswegen Recht, diese Hinterliste anzuwenden? Muss sie nachhelfen, dem göttlichen Willen? Natürlich nicht. Er war nicht berechtigt, gegen Gottes Willen das andere durchzuziehen. Jeder war falsch unterwegs. Wenn sich jetzt in unserer Ehe, das in gewissen Punkten so reibt, und wenn einer dann ein wenig schlecht geschlafen hat, wenn er übermüdet ist und es ist ja seltsam, die Reizthemen werden immer dann angeschnitten, wenn einer schon ein wenig geladen ist. Wenn er schon die Munition eingefüllt hat. dann wird das auch noch präsentiert. Da ist nämlich nicht mehr diese innere Ruhe, dieser innere Friede. Ja und was ist dann los? Ja das Ganze geht natürlich rum in die Luft. Und hinterher denkt sich jeder, nein, warum das? Wieso sind wir jetzt an dem Punkt? Und immer, immer über demselben Punkt kreisen wir. Und was man auch oft feststellt, wenn man schon zu zweit zusammenkommt und in Harmonie ist, aber was ist dann, wenn da ein drittes Wesen auftaucht und gar ein viertes oder fünftes, sechstes, siebentes? Denn wenn jetzt dieses Wesen verkehrt handelt, dann muss man es ja korrigieren, dieses kleine. Und dann sagt der Papa, wir machen das so und die Mama sagt, nein, wir machen das so. und sobald das Kleine merkt, oh, Führung ist sich uneins. Herrlich. Was gibt es Schöneres auf der Welt? Papa und Mama sind sich nicht einig. Dann, dann lassen wir mal die zwei sich mit sich selber beschäftigen und ich beschäftige mich auch alleine mit dem, was ich eh schon lange wollte, ohne dass es einer merkt. Wie kommen wir raus aus dem Ganzen? Wir haben am Vormittag was gelernt, aber das ist schon wieder viele Stunden her. Könnt ihr euch noch an irgendetwas erinnern, was vielleicht der Schlüssel für eine glückliche Ehe ist? Es wäre gut für uns, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Und der nächste Satz dort ist besonders über die letzten Tage und Stunden Jesu vor der Kreuzigung. Warum gerade das? Ja, weil da siehst du am deutlichsten, wie groß seine Liebe ist, was er alles erlitten hat und jederzeit hätte er sagen können, die sind mir ja zu dumm, wenn die es nicht begreifen, ach, nichts wie weg. Nach dem ersten Geißelhieb, spätestens nach dem zweiten, wo die Haut aufreißt und du den Schmerz nur so spürst. Hast du schon einmal mit einem Lederrehmen eins drüber gekriegt? Bah, das sind Schmerzen. Und in diesen Lederrehmen, wo noch die Knochensplitter eingeflochten waren, 40 Schläge weniger eins, da hast du am Ende keine Haut mehr am Rücken. Und Satan wird sich gedacht haben, das werden wir ja sehen, und nächster Schlag, und nächster, der wird doch entfliehen, der wird es doch nicht durchstehen. Warum hält er dort aus? Weil er dich im Blick hat. Weil er dir signalisieren möchte, merkst du, wie wichtig du mir bist? Merkst du es? Ich stehe das hier durch, bis zur Ohnmacht, damit du begreifst, dass dein Schöpfer dich lieb hat. Lass dich veredeln von ihm. Er möchte dir seine Liebe ins Herz pflanzen. Wie kommst du aus diesen Reizthemen, diesen Konfliktthemen raus? Indem du in der Stille Jesus betrachtest, Tag für Tag sein Leben liest. Die Evangelien, das Buch des Lebens Jesu, wo die Zusammenschau dieser vier Evangelien ist. Und ihn anschaust, wie redet er mit einem Einzelnen, wie redet er mit einem Kind, wie redet er mit einem Hochgestellten aus dem Hohen Rat, wie redet er mit einer verachteten Frau, wie redet er mit einer Fremden, wie redet er vor Tausenden, wenn du ihn beobachtest, Tempelplatz, tausende Menschen, Passaufest, ein Wirbel, da wird eingekauft und getauscht und gehandelt. Man hat dir extra für den Tempelbezirk eine eigene Währung eingeführt, damit du nur mit dieser Währung dort kaufen kannst und du musst vorher wechseln dein Geld in die Tempelwährung und wer verdient bei jedem Wechselumtausch? Natürlich der Wechsler und die Münzen hat er auf der Bank, darum haben wir heute das Wort Bank, diese Menschen dort voller Geldgier. Jetzt kommen wieder alle zum Fest, Hurra, jetzt machen wir wieder unseren Jahresumsatz und dann erscheint in dem Torbogen er. Jesus erscheint im Torbogen und was geschieht? Die ersten vorne merken, das scheint ihm nicht zu passen, was wir da tun. Die werden still, die nächsten werden still. Der Tempelplatz, der war so voller Lärm anfangs und am Ende wird es mucksmäuschen still und alle schauen zu diesem Torbogen und dort steht er. Merk dir, was da für eine Autorität ist und er sagt einfach, trag das hinaus und die tragen sie hinaus und weil sie ein wenig langsam sind, hilft er ein bisschen nach. Stößt die Tische um, die Bänke um und die Gelbmünzen, ping, 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 ping und dann siehst du wieder, der nachrennt und der nachrennt und am Ende sind die alle draußen und dann kommen die anderen und schauen sich um Jesus und er heilt sie. Wenn du das so betrachtest, dann wirst du anders werden und wenn du anders wirst, wird dein Partner anders werden. Wir verändern den anderen, indem wir uns verändern. Weil da muss ich auf eine neue Gegebenheit einstellen. Wieso ist die jetzt auf einmal so? Wieso ist der jetzt auf einmal so? Immer wenn ich mit dem Streitthema angefangen habe, dann kam als nächstes der Satz und diesmal Gelassenheit, Ruhe, Freundlichkeit. Du bist völlig irritiert. Du bist ja eingeschossen auf ein Muster. Ich sage den Satz, der andere sagt den Satz, der den, der den und dann bumm, 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 bumm. Ist immer das gleiche Muster, oder? Eine rituelle Gewohnheit, die entsteht. Und auf einmal wird es durchbrochen. Wie kann ich meinem Betonschicksal entkommen? Beschäftige dich mit Jesus. So als Seelsorger hörst du ja Geschichten. Da könntest du oft nur so weinen. Erzählt mir eine Frau, was ihr Mann so treibt. Sie kann es gar nicht mehr zählen, mit wie vielen er fremdgegangen ist. und dann kommt sie zu dem Punkt, wo sie sagt, entweder bringe ich mich um oder ich laufe davon, aber ich packe es nicht mehr. und der das nicht erlebt hat, der kann locker auf seinem Platz sitzen, aber wer sowas kennt, das ist jedes Mal so ein Schmerz und immer wieder wird das Alte aufgerührt und das dringt tief ein, wie ein Pfeil. Und dann kommt sie zu dem Punkt, wo sie ganz, ganz intensiv für die Rettung ihres Mannes zu beten beginnt. Ganz intensiv. Für dieses Scheusal möchte ich ihn jetzt mal benennen, wie er sich ihr gegenüber verhält. Und sie betet. Und sie sieht ihn mit anderen Augen. und mit der Zeit kommt der zu ihr und sagt, du bist so anders. Was ist? Was hast du vor? Sie sagt, ich möchte, dass wir, wenn Jesus kommt, Arm in Arm von den Engeln geholt werden. das hat ihn so bewegt. Und was über Jahre nicht funktioniert hat, begann sich langsam zu verändern. Weil sie auf einmal eine Liebe ausgestrahlt hat, die er vorher so nicht erlebte. Sie war anders geworden. Er war ganz durcheinander. Wir sind ja in unserer Kultur und in unseren Möglichkeiten und unserem Wohlstand ja so weit weg von dem, was alles sein könnte. Erzählt mir eine Frau, die ist jetzt schon über 90. Bei so Hausbesuchen, wenn du da so Lebensgeschichten hörst, da mag ich gar nicht mehr fortgehen, da könnte ich ewig dort sitzen. Was ich da lerne, da erzählt sie, es war im Zweiten Weltkrieg, die Männer alle an der Front und dann hat einer Heimaturlaub und dann verlieben sich zwei. Und naja, der muss ja bald wieder in den Krieg schnell, schnell heiraten und sie muss in den Ort und ihre Papiere zusammen kramen, ihre Dokumente und er und dann Treffpunkt am Bahnhof. Sie ist natürlich schon viel früher dort. Und dann kommt der Zug, Hochzeitstag, mitten im Krieg und dann ein paar Tage kriegt er dazu. Ganz, ganz wenige, da muss er wieder an die Front. Allein dieses Bewusstsein, ich heirate und ein paar Tage später ist er weg und vielleicht nie mehr zurück. Und dann steht sie da am Bahnhof, alles bereit, die Uhrzeit und dann verliert sich die Menge, die da aussteigt, er ist nicht da. Naja, im Krieg, das ist ein Zug, es kommt ja der nächste Zug und sie steht da. Der Zug kommt an, die Menge heraus, verliert sich, er ist nicht dabei. Ein dritter Zug kommt, Hochzeitstag. Sie wollen jetzt heiraten, jetzt, an diesem Nachmittag. Und es kommt der nächste Zug. wie lang steht sie da? Es wird finster, bis der letzte Zug an diesem Abend kommt. Und er kommt nicht. Hochzeitstag. Er ist nicht gekommen. Es war eine Zeit ohne Mobiltelefon. Es war eine Zeit ohne Festnetztelefon. Es war Krieg. Und dann ist sie heimgegangen an ihrem Hochzeitstag. Unverheiratet. Allein. Am nächsten Tag, wo werdet ihr sie finden? Sie war wieder am Bahnhof. Bei jedem Zug. Aber jetzt stand sie schon etwas weiter entfernt. Er kam nicht. Auch nicht am nächsten Tag. Tag. Und dann hat ihr die Mutter gesagt, vergiss es. Du denkst doch nicht im Ernst, dass der dich heiraten will. Der hat dich sitzen gelassen. Fertig. Find dich ab damit. Ja, find dich ab damit. Für den, den es betrifft, es vergehen Wochen, es vergehen Monate, kommt auf einmal Feldpost aus Russland. Schatz, ich liebe dich. Das musst du mal lesen. Monate später. Ach ja, was ich dir noch mitteilen wollte. Ich konnte damals nicht kommen. Ich wurde plötzlich angehalten und man hat mir gesagt, gibt's nichts heiraten. Du musst zurück an die Front. Ich habe geschrieben, aber so wie du mir, und in dem Ganzen, was ich da erfahren habe, scheint mir, du hast das gar nicht mitgekriegt, dass ich gar nicht kommen konnte, von höherer Stelle verhindert. Wenn ich das nächste Mal komme, heiraten wir. Das ist eine Achterbahn der Gefühle. Das musst du einmal durchdenken. Willst du jetzt noch? Was ist das nächste Mal, wenn du am Bahnhof stehst? Willst du dich auf das einlassen? Was das für Situationen waren, für Szenen. Und als der das nächste Mal kam, war sie wieder dort. Und wir haben wirklich geheiratet. Einen Tag bekam er Hochzeitsurlaub. Einen Tag. Und dann wieder zurück an die Front. Dieses Zittern, wenn ein Brief kommt, wo dann drinnen steht, Gefallen für Volk und Vaterland. Meine Mutter hat mir erzählt, auf dem Bauernhof, in dem Dorf, wo sie da aufgewachsen ist, da war eine Familie, da war ein, die waren so gesegnet, mit vier Söhnen. Und die waren eben dicht hintereinander, so richtige Kerle, wenn man sich sich vorstellt, so Bergbewohner in den Alpen. Zur Urige. Und einer nach dem anderen wurde eingezogen in den Krieg. Dann kam dieser erste Brief, Gefallen für Volk und Vaterland. Dann kam der zweite Brief, Gefallen für Volk und Vaterland. Der dritte Brief, Gefallen für Volk und Vaterland. Und als der vierte Brief kam, brauchte sie nicht mehr aufmachen. Sie hat vier Söhne geboren, die sind herangewachsen und im besten, schönsten Alter durch eine Kugel umgekommen. Geht's dir schlecht? Ich habe einmal ein Buch gekauft, das hat den Titel Warum geht es uns nicht gut, obwohl es uns so gut geht? Und da beschreibt er in dem Buch ein Gleichnis, eine Geschichte. da ist so ein Hof und da watscheln die Gänse durch die Gegend. Und plötzlich bin ich ganz nervös auf diesem Bauernhof. Umgeben Gitter den oberhalb von ihnen Wildgänse fliegen drüber. und plötzlich die da unten auf dem Bauernhof ganz durcheinander die Hausgänse fangen auch an mit ihren Flügeln so ein wenig kümmerlich die zu schwingen und dann wieder Kopf nach unten und Futter Futter und dann beschreibt er das so. Was bist du? Bist du in dieser Wohlstandsgesellschaft so eine Hausgans geworden? Die nur mehr so ein wenig ein paar Meter nach vorwatschelt und zurück und nur mehr oder hast du die Freiheit erlebt? Die Freiheit durch Jesus. Denn diese Freiheit befreit dich auch von deinen fixen Vorstellungen und so müsste mein Mann sein. Und so müsste meine Frau sein. Und wenn er nicht so, dann zeige ich es ihm. Ich kann auch anders sein. Und ich kann auch mich stolz zeigen. Und ja, wir wissen ja, wie das weitergeht. Wir denken, wir hätten Probleme. Das haben andere Menschen erlebt. Wahl Wahl soll einzuversetzen versucht, wie es ihnen so geht. Und sich fragt, ja, wie könnte ich da helfen, durchzuckt es mich auf einmal. Das ist ja ganz leicht, die Antwort. das ist ja ganz einfach, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Die fragen mich, was ist der Wille Gottes? Wen sollen sie fragen? Ab jetzt sage ich immer, das fragst du mich? Wenn du wissen willst, was Gott von dir will, musst du Gott fragen. Erledigt. So einfach ist das. Aber dann habe ich festgestellt, nach dieser einfachen Antwort, dass die sagen, gut, und wie geht das Gott fragen? Oje, schon wieder bin ich dran. Wie erfahre ich jetzt von ihm, was er mit mir will? Ja, und dann kannst du natürlich sagen, ja schau, da steht das da drinnen, was der Wille Gottes ist, und dann merkst du, naja, das ist eigentlich, da heißt Ehre, deine Eltern und du sollst nicht töten und nicht stehlen und nicht Ehe brechen, ist alles der Wille Gottes. Ja, aber ich will jetzt wissen, soll ich so oder so bei der Wegkreuzung abbiegen? Wo steht denn das in welchem Vers? Ja, in welchem Vers steht das? Nirgendwo steht das in dem Vers. Ja, und wie weiß ich es jetzt? Du bist ja der Prediger, oder? Du kennst das ja, wie macht man das? Und dann durchzuckt es mich wieder eines Tages bei der Geschichte vom reichen Jüngling. Der kommt zu Jesus, dieser junge Oberste und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt ihm, halte die Gebote. Und der sagt, schon erledigt, hat schon einen Hackerl, kein Thema, bin ich mit dir, was noch? Jetzt hat ihm Jesus zuerst diesen allgemeinen Willen bekannt gemacht. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt der spezielle Wille Gottes für ihn. Da gibt es zwei Dinge, den allgemeinen Willen und den speziellen für dich. Sein Plan mit dir. Und zu diesem jungen Mann sagt er, und das ist jetzt der spezielle Wille, das gilt nicht automatisch für jeden. Und deswegen kommen bei dem Ereignis, bei der Geschichte, so viele ins Schleudern. Das ist jetzt der spezielle Wille Gottes für diesen Jüngling, sagt Jesus, verkaufe alles, was du hast. Das ist ja noch nicht schlimm, weil dafür kriegst du eine Menge Geld. Aber dann sagt er, und das, was du dann in Händen hältst, das, dann machst du es dann so, dass du es nicht mehr in deinen Händen hättest. Einfach gibst den Armen und dann macht er ein langes Gesicht. Das war der spezielle Wille, weil Jesus gewusst hat, er hängt an dem Punkt. Da ist sein Götze. Hier wird er wieder was anderes sagen. Deinen Götze, wo du hängst, wo du zusammenzuckst. Ja, wie erfährst du jetzt den speziellen Willen Gottes? Es war beim Laubhüttenfest. Johannes Evangelium Kapitel 7. Wir sind ja also immer noch beim Thema, wie kommst du aus deinem Rhythmus, aus deiner Gewohnheit, aus deiner Tiefe, deiner Erlebnisse heraus. In Johannes Evangelium Kapitel 7 kommen die Brüder Jesu, die sind älter als er, stammen aus der ersten Ehe von Josef und die sagen jetzt zum Jüngeren, zu Jesus, jetzt ist Laubhüttenfest, da musst du mit, da musst du mal zeigen, was du kannst, damit du etwas giltst vor der Welt. Und er sagt, ich gehe nicht hinauf. Und dann gehen die anderen. Ein paar Versi später steht, in der Mitte des Festes, geht er hinauf. Eigenartig. Zuerst, ich gehe nicht, dann kommt er doch. Nämlich, er hat gemeint, ich gehe jetzt noch nicht hinauf. Und dann, als er dort ist, sagt er ihnen, wie sie den speziellen Willen Gottes erkennen können. Liest einfach Johannes 7 und dann weißt du es. Oder soll ich es gleich jetzt auch sagen? In Vers 15 lesen wir, die wundern sich, als sie Jesus hören. Wie kann der so predigen? Der hat doch nie bei uns in Jerusalem an der Universität an der Fakultät für evangelische oder katholische Theologie studiert. Das war jetzt dazu gefügt, die Konfessionen, aber auf uns übertragen. der hat ja bei uns sich nie eingeschrieben, war nie inskripiert, nie immatrikuliert. Wie kann der ohne dass er von uns einen Doktertitel, Magistertitel oder was immer gekriegt hat, einfach so lehren? Wie gibt es das? Und dann gibt Jesus eine Antwort. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und im nächsten Vers sagt er in Johannes 7 Vers 17 wie du den speziellen Willen Gottes für dich erkennen kannst. In deiner Ehe, in deiner Zeit vor der Ehe, wo du vielleicht auf das jetzt wartest, wer, was, wann, wie, wo. Und das sagt er jetzt. Und vielleicht möchtest du wissen, was könnte ich für dich noch tun? Was hättest du denn gern von mir? Denn keiner kennt dich so wie er. Und das sagt er jetzt in Vers 17. Wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird es inne werden. Das ist es. So einfach ist es. Wenn du Gottes Willen tun willst, wirst du es erfahren. dann habe ich das ganz stolz dem Ersten erzählt. Er hat gesagt, ja, aber da muss ich ja, was heißt das jetzt, wenn ich Gottes Willen tun will, dann werde ich es erfahren, ich will vorher wissen, was Gott will, dann weiß ich, ob ich es tun will. Ist ja klar, oder? und Jesus sagt, es ist umgekehrt, zuerst kommt es darauf an, dass du sagst, ich bin willig, was immer es ist. Hui, das ist ein Blankoscheck, oder? Kann andere alles eintragen. Das ist höchst gefährlich, enorm spannend, aber so erfährst du den speziellen Willen für dich. Aber wir sind immer so unterwegs, Herr, sag mir, was es ist, und ich sage dir dann, ob ich dafür bin. Und er sagt, nein, es ist umgekehrt, du sagst zuerst, ob du willst, dann sage ich dir, was es ist. Die meisten Christen, und ich meine jetzt Christen, die wirklich das Wort Gottes kennen, die einen Gottesdienst besuchen, das Wort Gottes hören, einfach ihr, die meisten kommen nie über den allgemeinen Willen hinaus. Den kennen wir, nicht, wir wissen, was gut ist und was schlecht ist, was man nicht tun soll. Aber weißt du, den speziellen Plan, den dein Papa im Himmel für dich hat, den erfährst du dann, wenn du willig bist, ihn auszuführen, wenn du willig wirst, ihn auszuführen, ohne ihn zu kennen. Was ist das nämlich? Vertrauen. Vertraust du ihm, dass das, was da kommt, für dich wertvoll und gut ist? Warum wollen wir es vorher wissen, bevor wir sagen ja? Ja, weil wir uns vielleicht denken, also das, so wie der reiche Jüngling, nur wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht gefragt. Und dann hat mir jemand gesagt, das geht ja gar nicht, das ist ja menschenunmöglich, ich kann ja nicht vorher sagen, ja, wenn ich nicht weiß, was es ist. Und dann hat es mich wieder durchzuckt. Ich habe ja öfters als Seelsorger die Freude vor so einem Paar zu stehen, wo der heiße Atem zu mir herüber weht da vorne am Podium, wenn ich die Frage stelle, willst du mit dieser die Ehe schließen? Weißt du, was kommt? Weißt du es? du weißt es nicht? Du meinst es zu wissen, aber du weißt es nicht? Und du sagst ja und bei manchen habe ich mir schon gedacht, ich hätte mir das überlegt, ob ich da ja sage, nachdem ich die zwei kenne. Aber sie sagen ja ohne zu wissen, was wirklich kommt. Warum getrauen sie sich hier trauen zu lassen in dieser Trauung? Weil sie einander vertrauen. Und da heißt es, ja ich will. Und das ist es, worauf der Schöpfer bei dir wartet. Dass du sagst, ja ich will. Egal was es ist. Egal was du von mir forderst. Ich will mit dir. Da fängt das Leben als Christ an. Da fängt es an. Das ist nämlich der Vertrauens Test. Sonst brauche ich Vertrauen. Vertrauen ist ja immer, wenn du noch nicht weißt, wie es werden wird. Aber trotzdem vertraust du, weil du den anderen kennst oder meinst, ihn zu kennen. Und unter Menschen gibt es dann viele Enttäuschungen. Die sind eben nicht Gott. jetzt vertrauen wir schon Menschen und dann würden wir ihm nicht vertrauen. Der Himmel wartet drauf, dir zu sagen, wie du rauskommst aus dem Ganzen, wo du jetzt drinnen steckst. Wie lang willst du bleiben in dem Muster, wo du jetzt bist? Er möchte dich ja veredeln, befliegen, er möchte, dass was weiter geht bei dir. Aber dazu braucht es deine Willigkeit. Wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird es inne werden. Ob diese Lehre von Gott ist, dann wird es merken. Dann. Es geht um deine Willigkeit. Hast du ihm schon gesagt, ich will? Immer wieder passiert es. dass so ein junger Mensch vor mir steht und sagt, ich weiß, was du jetzt sagen wirst als Prediger und ich mache es trotzdem. Sehr ermutigend. In Anführungsstrichen. Ich habe da jemanden kennengelernt. Ist so lieb und ist so nett. Und was ist das Problem? Naja, na ja, ja, also die Bibel nimmt er nicht so ernst. Was meinst du damit? Ja, da liest er nie drin. Ja, und sonst, man kann mit ihm nicht drüber reden. Du willst ihn heiraten. Ich weiß eh, was du sagst. Ja, und warum bist du da? Na, vielleicht sagst du doch ja. Sehr lieb. Was würde es ändern? Wenn es da heißt, ziehet nicht am fremden Joch, was heißt das? Es funktioniert nicht. Habe ich hunderte Male gesehen. Es funktioniert nicht. Jetzt könnte es sein, dass du es erst später begreifst, wo du schon unterm Joch bist. Sprich, bereits unter einem Gespann eingespannt bist. Was dann? Und da empfiehlt Paulus, wenn es dem anderen trotzdem gefällt, obwohl du jetzt mit Jesus begonnen hast und es dem trotzdem passt, bei dir zu bleiben, fein. Und wenn er gehen will, dann lass ihn gehen. Du hast ja jetzt jemand, mit dem du durchs Leben gehen kannst. Du bist jetzt nicht mehr allein. Das ist ja das Schöne. Denn Jesu Liebe legt sich um dich wie ein wärmender Wintermantel. Gebraune, Schutz, Sicherheit, da kannst du dich anlehnen. Als die zu uns kam, diese Frau, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich schildere euch einmal die Situation. Eine Mutter und zwei Kinder erzählt mir, mein Mann ist fremd gegangen. Er ist ausgezogen und ist jetzt bei einer anderen, ganz jung. Die ist von ihrer Gestalt, Figur, Aussehen her nicht zu vergleichen mit der Ehefrau. Denn die Ehefrau hat in ihrem Frust Süßes, Süßes, Süßes hineingestopft und hat bald ausgesehen wie ein Schneemann. Sie war klein von Gestalt, da geht es da noch schneller, unförmig, sie war einfach unattraktiv jetzt geworden und in ihrem ganzen Kummer und ihrem Leid und immer noch mehr hineingestopft. Und der Mann war fort mit dem neuen jungen Püppchen und jetzt war sie da, hilf mir. Ja, wenn ich sowas höre, die eine ist jung, ist hübsch, wahrscheinlich ganz süß und lieb zu ihm und sie wird gesagt, mach das und das und das und das. Das braucht die eine ja noch nicht sagen, weil da gibt es ja noch nicht zwei kleine, die da herumhopsen in der Gegend. Der Zug ist abgefahren, den siehst du nie wieder. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben das Wort Gottes betrachtet. Wer ist Jesus? Immer wieder ist sie gekommen und speziell meine Frau Stunden über Stunden verbracht und dann kommt sie eines Tages und sagt, die Neue von meinem Mann ist schwanger. Noch eine Ladung dazu, also jetzt, jetzt können wir es endgültig abhaken, die Geschichte. Jetzt gründete er eine neue Familie. Das Kind kam zur Welt und eines Tages kommt sie und sagt, ich habe meinen Mann mit seiner neuen besucht. Mich hat es durchzuckt. Mein Gedanke, hättest mich vorher gefragt, keine gute Idee, dorthin zu gehen. Das wird nicht gerade harmonisch abgelaufen, so etwas. Und dann schildert sie, wie das war. Ich kam da hin und habe dann öffnet wer die Tür, die Neue. Die stehen sich jetzt gegenüber. Spürt ihr, wie da die elektrostatische Aufladung vor sich geht? Das knistert nur so. Die ist völlig perplex, die die Tür öffnet, die vor der Tür steht, nichts, hätte ich gewusst, irgendwer von den Zweien öffnet. Aber die andere hat nie damit gerechnet, dass die verflossene Ehefrau da jetzt steht. Und in dieser Situation, die bringt im Augenblick gar kein Wort heraus, und die bisherige Ehefrau sagt, ich würde gerne meinen Mann sprechen. Das ist natürlich ein Reizthema in so einer Situation. die kriegt einen Schreikrampf, die Neue. Wird hysterisch in dem Ganzen. Die flippt völlig aus, sodass dann der Ehemann erscheint, sich denkt, was ist da los? An der Tür, uh, beide. Das ist natürlich nicht ganz einfach, die Situation. Und dann schreit die Neue, hören Sie auf, um Ihren Mann zu kämpfen. Und dann sagt die bisherige einen Satz, hätte ich ja nie zugetragen. Er sagt, ich brauche um meinen Mann nicht kämpfen. Um den kämpft ganz jemand anderer. Boah, die ist gewachsen in meinen Augen. So eine Reife, hätte ich ja nie zugetragen. Boah, genial, so eine Weisheit. Das Nächste, sie nennt ihn liebevoll bei ihrem Vornamen und im sanftesten Flötenton. Komm, pack deine Koffer, ich warte im Auto auf dich. Dreht sich auf dem Absatz und geht und fahrt im Auto. Die Idee, allein zu haben. Und dann wartet sie im Auto und was sieht sie im Rückspiegel? Es kommt einer mit zwei Koffern, macht hinten auf, gibt es hinein, steigt ein und sie fährt ihn als Taxi Chauffeurin nach Hause. Die Ehe ist wieder gesunde. Also wenn ihr mich gefragt hättet vorher, glaubst du, dass das noch etwas wird? Ja, wie geht das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung? Das kannst du vergessen. Die eine jung, hübsch, Baby geboren und da die unförmig geworden ist, aber durch dieses Studium mit Jesus war sie wieder attraktiv geworden. Denn sie hat etwas Neues entdeckt, das Wort Gottes. Es brauchte sie nicht mehr, die Bonbons und die Schokolade und so weiter. Übrigens ein heißer Tipp, habt ihr das einmal gesehen bei einem Gesundheitsvortrag, Klammer auf, nur kurzes Intermezzo, hat ein Arzt 30 Schlangengurken da vorne aufgebaut und daneben eine Tafel Schokolade und dann hat eine Frage gestellt, was haben die miteinander gemeinsam? Auf das wäre ich nie gekommen. Gleich viele Kalorien. Hast du schon einmal 30 Schlangengurken verzehrt? Also wenn du eine ganze schaffst, bist du gut. Hast du schon einmal eine Tafel Schokolade verzehrt? Und so geht es in vielen Dingen. Der Feind bereitet die Dinge so auf, dass du es aufnehmen kannst. Der Schöpfer bereitet so auf, dass du es gar nicht schaffen kannst, so eine Menge zu verdrücken. Es geht gar nicht. Das heißt, wenn du seinem Prinzipien folgst, entstehen gewisse Probleme gar nie. Das ist das Schöne. Es gibt ein Zitat aus der Bibel. Da bin ich jetzt drauf gekommen, das kennt jeder Mann. Ich habe noch keinen getroffen, der die Bibel ein bisschen liest, der noch nicht diesen Vers gefunden hat. Jetzt können wir ja den Test machen, ob irgendein Mann da ist, der den Vers noch nie gehört hat. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Der ist sehr bekannt in der Männerwelt. Sogar unter Nichtchrist. Der nächste Vers ist wieder nicht mehr so bekannt. Der lautet nämlich in Epheser 5 Vers 25 Ihr Männer liebet eure Frauen wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Der hat sich in den Tod begeben für sie. Der ließ sich ausbeitschen für sie ließ sich kreuzigen für sie. Solch einem Mann sich unter zu ordnen ja das ist eine Kleinigkeit wenn dich einer so lieb hat. Es kann nicht eines ohne das andere sein. Wenn das nicht ist dann kann auch das nicht sein. Aber wenn du als Mann weil du dich mit dem beschäftigst so erfüllt bist von dieser Liebe ja dann wird da sich auch ein Schmusikätzchen herausstellen auf der anderen Seite. Und für dich als Frau wird es leicht sein deinen Mann zu achten wenn er sich so verhält dass du ihn achten kannst. Wenn er sich so verhält dass er würdig ist in dem was er tut wie können wir unserer verkorksten Situationen kommen wir brauchen Liebe und die bekommst du in der Stille vor ihm und wenn du liebevoll wirst dann wird sich was tun dann wird sich in eurer Beziehung was tun und wenn du noch nicht in dieser Beziehung bist und noch auf das wartest das noch vor dir hast eine noch größere Chance wenn du da vorher schon liebevoll wirst weil dann wird der auf dich aufmerksam werden der das schätzt das ist das Schöne das Besondere an dem Ganzen und dann gibt es aber manchmal etwas und mit dem kämpfen wir der Zeit Faktor denn wenn wir uns etwas wünschen für wann wünschen wir uns das was wir uns wünschen nicht so wie der eine der sich Geduld wünscht aber plötzlich es hat sich gezeigt dass die die am längsten warten mussten das Beste bekam und wenn du jetzt denkst wo muss ich so lang warten möchtest du nicht was besseres ach so alles klar mich hat ein Satz einmal bewegt da hat jemand gesagt ich weinte weil ich keine Schuhe hatte und dann sah ich jemand der keine Füße hatte wir weinen über das was uns bewegt es gibt immer jemand der ist in ganz anderen Umständen als du ganz anders viel tiefer viel viel tiefer aber du kannst jede Situation verändern wenn du anfängst in der Stille vor deinem Herrn zu sein denn er sagt dir ja ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen den du gehen sollst ich will dich mit meinen Augen leiten aber wenn dich jemand mit seinen Augen leiten will was musst du dann tun du musst ihm in die Augen schauen sonst kann er dich nicht mit seinen Augen leiten schaust du Jesus täglich in die Augen dann kann er dich leiten mit seinen Augen du hast unwahrscheinliche Entfaltungsmöglichkeiten vor dir wenn du es wagst ihm täglich in die Augen zu schauen und wenn du es wagst ihm zu sagen ja Herr ich will mit dir mit dir will ich dann fängt das Leben an und dann sehen wir uns auf der Wolke wieder Amen wenn es euch möglich ist lasst uns niederknien zum Gebet krummstück durch durch nichts durch absolut nichts hast du dich aufhalten lassen und wenn du noch so hast leiden müssen du hast uns im Auge gehabt was es uns werden könnte wenn wir uns mit dir verbinden und es ist so schön dass du gesagt hast dass dir frei wird derjenige die Freiheit erfährt der sich an dich bindet auch wie schön dass Bindung an dich zu wahrer Freiheit führt dass wir aus Hausgänsen zu Wildgänsen werden dass wir rauskommen aus unserem engen Gatter und erfahren was du für uns geschaffen hast danke dass du uns nahe bist und dass du jeden segnest der zu dir sagt Herr ich will ich vertraue dir komme was da will danke Herr Jesus für deine Liebe Amen Amen Amen. 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 Amen.